Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns im Gesundheitsfernsehen. Ich glaube, wir alle wissen, dass negative Gedanken uns schaden. Wir bemühen uns, diese zu bremsen, zu stoppen. Wir wissen auch, dass wir damit vielleicht Ungewolltes ins Leben bringen. Aber es erscheint oft fast unmöglich. Und wie wir unsere negativen Gedanken sofort stoppen können, erfahren wir jetzt von dem Bewusstseinsforscher Andreas Bernknecht. Eine lohnenswerte Sendung. Bleiben Sie dabei. Hallo, lieber Andreas. Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, bist du heute bei uns und auch über dieses Thema. Weil ich glaube, das ist ein ganz viel diskutiertes Thema. Viele wissen ja, wir sollten positiv denken. Aber da wabern ganz viele Dinge unten. Denen kann man sich fast nicht entziehen. Und ich glaube, ganz viele Menschen wissen einfach nicht, also ich auch manchmal nicht, wie man sich wirklich positiv ausrichten kann oder eben diese negativen Gedanken stoppen. Und da bin ich gespannt, was du uns da... Vielleicht muss man ein Stück zurückgehen, um das noch bewusster zu machen, weil viele reden so von positivem Denken. Und das ist richtig und gleichzeitig auch falsch. Wenn man jetzt mal, da kann man sehr gut von einem Horoskop nimmt, da kann man das sehen. Das heißt, du hast ja so diesen Kreis und der Kreis ist in vier Quadranten eingeteilt. Das sind immer so drei Häuser und ein Quadrant hat eine bestimmte Bedeutung. Der erste Quadrant, das ist der, wo das Leben beginnt, der Aszendent, also der Zeitpunkt der Geburt. Dann kommen so drei Häuser und das ist der große Bereich der Instinkte. Also das, was instinktiv in uns verankert wird. Und danach kommt das vierte Haus und das ist das Immun Kuehli. Das heißt, der tiefste Punkt unserer Emotionalität. So und dann beginnt, da kommen drei Häuser hinten dran. Und das ist das Thema Emotion und Gefühle. Also Instinkt, Emotion, Gefühl und erst ab dem siebten Haus beginnt das Denken, die Rationalität. So und jetzt interessanterweise, wenn man das Heranwachsen eines Kindes sieht, das durchläuft quasi diesen Prozess. Erst kommen die Instinkte, weil was macht ein Kind am Anfang? Das schreit, wenn es Hunger hat, wenn die Windel voll ist, alles das. Und danach kommen die Emotionen. Kinder schreien, wenn ihnen was nicht passt, gibst du ihnen das, ist sofort wieder alles im grünen Bereich. Und danach kommen erst diese Gefühle und erst dann kommt die Rationalität beim Kind. Das heißt, das entwickelt sich bei einem Menschen in dieser Form. Und ich kann jetzt, wenn ich negative Gedanken habe, dann sind das nicht wirklich negative Gedanken, sondern es sind in uns verankerte Strukturen. Wie wir glauben, wie die Welt ist. Dort sind es bestimmte Dinge, die uns triggern, die uns wütend machen. Verletzungen, die abgespeichert wurden. Und die sind die Quelle dessen, was wir denken, wie wir die Welt sehen. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich mit den Gedanken nicht auf diese Ebenen direkt einwirken. Ich kann nicht einen emotionalen Wutausbruch einfach nicht mehr haben wollen, weil das dahinter verbundene Thema ja nicht erlöst ist. Ich kann aber eins machen, wenn ich da hinkommen will, muss ich den Weg rückwärts gehen. Dafür ist das positive Denken wichtig, um zunächst zu schauen, was ist auf meiner gefühlsmäßigen Ebene. Wie fühle ich mich? Und die Gefühle sind wie ein Navigationssystem. Da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Und wenn ich jetzt beginne, meine Gefühle positiv auszurichten, also ich muss positiv denken und beginnen, positive Gefühle hineinzubringen, wenn ich das hinbekomme, kann ich die nächste Ebene der Emotionalität betreten. Entschuldigen Sie die ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir möchten Sie gleich teilhaben lassen an einem kleinen Ausschnitt von einer besonderen Sendung, die wir kurz zusammengefasst haben. Und wenn Sie die ganze Sendung dann auch schauen möchten, dann finden Sie in der Beschreibung unten jeweils den entsprechenden Link. Viel Spaß. In Amerika und in Deutschland oder in Europa ist es nun die dritthäufigste Todesurzahl. 31 Prozent, das geht nicht mehr auf die Altersstruktur zurück. Das ist eine Beschleunigung des Prozesses. Und ein anderer Hinweis, dass der Prozess beschleunigt wurde, ist der, dass zum ersten Mal eine gewaltige Zahl von Menschen unter 65 Schnallzahlen bekam. Bei diesen 436.000 sind 100.000 unter 65. Ich würde davon aus, dass alle chronischen Entzündungen, die wir haben, jetzt nicht alle über diesen Mechanismus laufen und dass wir zumindest eine Reduktion hinbekommen, die Gliedsumgabe haben. Das heißt, ich kann bewusst durch meine Entscheidung über das Gefühl hingehen, Emotionalität korrigieren, indem ich tiefer liegende Themen auflöse. Und dann kann ich sogar auf das instinktive Verhalten hingehen, was in der Regel aber Lebensthemen sind. Die sind bewusst verankert, damit wir ein Leben lang daran arbeiten können. Nur möglich ist es in der richtigen Reihenfolge. Total spannend, was du jetzt sagst. Jetzt werden natürlich viele Menschen auch fragen, wie komme ich denn dazu, wenn ich einen negativen Gedanken gekoppelt mit einem negativen Gefühl habe, dann vielleicht noch etwas positiv zu denken, rein kognitiv geht ja, aber wie komme ich dann ins Gefühl, ins positive Gefühl? Es gibt zum Beispiel etwas, das kann man tatsächlich begleitend machen durch bewusstes Denken, durch Achtsamkeit. Es gibt in einem Kurs in Wundern einen wunderschönen Satz, der heißt, du kannst Recht haben oder glücklich sein. Ja, so schön, ja. Und jetzt ist es so, jetzt kann man in dem Moment, wo man eher an die Diskussion verfällt, wo man wütend wird, wenn man sich diesen Satz einprägt. Und das kann man zum Beispiel machen, ich bin ja jemand, der so Praktiker ist, zum Beispiel, dass man sagt, das gefällt mir jetzt. Sagen wir euch, ich verstehe das. So ganz kurz, ich muss vielleicht noch ein bisschen eingehen. Dieser Satz heißt ja, du kannst Recht haben, das ist das Ego-Prinzip, oder glücklich sein. Also kein und, kein eventuell, sondern das oder, entweder oder. Und aus dem heraus ist es verständlich, dass es sinnvoller ist, glücklich zu sein. Und dann ist man für das Ego im Unrecht, aber glücklich. Und das ist allemal mehr wert, als Recht zu haben oder Unrecht zu haben. Und je mehr man das in Situationen von Situationen bewusst tut, sagen kann, der kann jetzt sagen können, der kann von mir denken, ich bin ein Blödmann. Das ist ja oft so, da ist man so angeknackst. Aber wenn man irgendwann drüber steht, merkt man, es spielt keine Rolle, weil man ja glücklich ist. Und das sind diese Dinge, die kann man tatsächlich bewusst begleitend machen. Und dann kann man das ändern. Und genau das ist der Weg, um dahin zu kommen. Jetzt kann man Folgendes machen, da denkt man ja oft nicht dran. Also man ist ja schon in der Wut drin. Dann passiert das schon, das war ja auch deine Frage. Man kann aber jetzt sich neu konditionieren. Zum Beispiel, man nimmt so kleine Aufkleber, so kleine rote Aufkleber. Die macht man sich zum Beispiel am Auto, ans Armaturenbrett, an den Spiegel, an den Kühlschrank. Und immer, wenn man diesen Punkt sieht, sagt man, du kannst Recht haben oder glücklich sein. Ich entscheide mich fürs Glücklichsein. Das heißt, man trainiert sich das quasi bewusst an. Und wenn man das eine Zeit lang macht, ist das so wie ein Mechanismus, der immer schneller greift. Und irgendwann, bevor man beginnt, sich aufzuregen, denkt man, hey, ich will doch glücklich sein. Und jetzt merkt man plötzlich, wie diese aufbauende Energie zurückfährt. Also man kann über diesen Weg auch tiefere innere Blockierungen tatsächlich ändern. Was du da sagst, das finde ich so wertvoll, weil das ist auch meine Erfahrung, weil oft möchte man ja auch eine Instantverbesserung oder Veränderung. Und dass es eben wirklich ein täglicher Prozess ist, immer wieder da, sich diese Arbeit zu leisten und sich bewusst zu machen, wie möchte ich mich ausrichten. Und ich sage dann immer, wenn die Menschen vielleicht sagen, ja, das ist so anstrengend, ich sage immer, man braucht ja so viel Energie, all diese negativen Gefühle, sage ich mal, zu verwalten oder damit umzugehen, dann lieber die Energie da reinzustecken. Ja, der Punkt ist, es spielt ja überhaupt keine Rolle, ob das anstrengend ist oder nicht. Die Frage ist, bin ich glücklich oder nicht? Ja. Das ist ja die entscheidende Freiheit. Das ist ja oft, was ich in Gesprächen mit Menschen was erzähle, dann sagen kann, bist du glücklich? Und ich will ja, die Antwort ist gar nicht wichtig, sondern mir ist die Reaktion wichtig. Und dann sehe ich dieses Grübeln, dann weiß ich schon, wenn jemand glücklich ist, sagt er, bin ich. Und diese Reaktion zeigt das schon. Und der Preis, die man letztendlich dafür zahlt, für Recht haben, für in den Emotionen sein, die Endabrechnung, die ist nämlich ein unerfülltes Leben. Und das kann man im Nachhinein nicht mehr korrigieren. Das ist viel höher, der Preis. Und deswegen braucht man diese Zeit, auch wenn Zeit eine Illusion ist. Und da kommt der Satz her, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Du hast mehr davon nachher. Ja, wunderbar tiefe Geschenke, die du da jetzt uns machst mit dem, was du da erwähnst. Und ich kann das nur auch aus der eigenen Erfahrung sagen, eben, wenn man versteht, was das bedeutet, wenn man zum Beispiel urteilt oder wütend ist auf jemanden oder so, dass es eben mit uns zu tun hat. Das ist schon mal, da kommt schon Widerstand zu wissen, es hat immer nur mit mir zu tun. Weil da kommt ja gerade der Kopf und sagt, ja, aber es ist doch offensichtlich, der oder die hat das gemacht. Und man geht dann so in das Argumentieren oder erzählt dann oft noch jemandem, um sich wie in dieser Sichtweise zu unterstützen. Und das hat schon auch einen gewissen Sog, dieses Ego, weil es hat ja einen kleinen Moment von Genugtuung, wenn man Recht hat, oder? Da vielleicht Folgendes. Dieser Punkt, dass viele Menschen sagen können, ja, aber der andere macht das doch. Also dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wenn dir jemand die rechte Wange, auf die linke Wange steckt, halt ihm auch die rechte hin. Das ergibt für viele keinen Sinn. Es hat aber damit zu tun, dass uns das nicht beigebracht wird, weil das ist im Prinzip Schöpferwissen. Und genau das ist ein Tabuthema auf aktuell in dieser Welt, weil man da, wenn man das schulen würde, wie das wirklich funktioniert, dann würde man die Kontrolle über diese Menschheit verlieren. Also es gibt dort Entitäten, die das über lange Zeiten aufgebaut haben. Ein Schulsystem, das ist ja kein Bildungssystem, das ist ja ein Schulsystem, über das Berufsleben, über Konditionierung, über Geld, über die Medien, die sich so nennen. Das heißt, dort ist ein aufgebautes System, das wir nicht mehr kennen können. Und aufgrund dessen ist dieses Wissen, was dazu führt, glücklich zu sein, bewusst, bewusst fällt das vom Tisch. Denn wer sich mit alten Schriften und Themen beschäftigt, der findet immer eins, wie innen so außen, wie oben so. Das heißt, das Spiegelgesetz, was viele schon kennen, aber nicht leben können. Und der Punkt ist nun mal, dass diese Themen, die bei mir dazu führen, dass ich wütend bin, Themen sind, die in meiner Psyche, in der Seele irgendwo nicht in der Ordnung sind. Verletzungen, emotionale Verletzungen, Traumata, Vergewaltigung, solche Themen, die dann nicht verarbeitet werden, die jetzt auf eine unbewusste Ebene verdrängt werden, in die Psyche, und quasi wie abgekapselt sind. Das ist wie abgekapselt und ich kann auch da nichts mehr fühlen. Also viele Menschen fühlen das nicht mehr. Das ist ja logisch, weil das ja quasi geschlossen ist, weil ich diesen emotionalen Schmerz nicht mehr haben will. Jetzt ist es aber so, es ist unmöglich, dass etwas dort weiter existieren kann. Also, wenn ich das nicht mehr wahrnehme, brauche ich jetzt ein Werkzeug, das mir das widerspiegelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich bilde jetzt eine Resonanz zu Menschen, Situationen, zu Umständen, die meinem unerlösten Thema eins zu eins entsprechen. Das ist das Gesetz der Anziehung. Und jetzt ist es so, im Prinzip macht der andere genau das, was ich ganz tief in mir will, nämlich mit meinem unerlösten Schmerz konfrontiert zu werden, damit ich den heilen kann, damit der verschwindet. Und jetzt ist aber so, dieser Teil in uns, der das schützen will, dieser Ego-Teil, der sagt, wenn du das jetzt machst, dann wirst du all deinen Schmerz wieder leben. Das willst du ja nicht mehr. Also entwickle ich jetzt Strategien, um Recht zu haben, um Distanz zu schaffen, Ablehnung, alles das, damit ich dem nicht begegnen muss. Und dadurch bleibe ich auf Dauer in einem Zustand des Unglücknisseins. Also ich kann nur mich wiederholen, das ist unglaublich kraftvoll, alles, was du uns da jetzt schenkst, eben mal zu verstehen, auf der tiefsten Ebene, wer wir überhaupt sind. Das hat so gar nichts mit dem zu tun, was wir denken, was wir sind, also wie wir funktionieren, wie die Welt funktioniert. Aber das Schöne ist, wir können ja uns selbst entscheiden, wieder mit da Verbindung zu bekommen. Und wenn ich sehe auch all das Leid, dass auch mit Menschen, mit denen ich arbeite, mit dieser wiederkehrenden Not, da kommen immer wieder die gleichen Situationen. Man denkt ja, jetzt mache ich etwas ganz anderes, ich gehe in ein ganz anderes Arbeitsumfeld und es kommen immer die gleichen Themen wieder. Oder eben das Wiederholende, immer wieder ein Partner, der einen vielleicht misshandelt. Aber dass wir da ja die Ursache sind, und das ist einerseits ein bisschen, ja, wir müssen die Verantwortung übernehmen, aber andererseits ist es auch sehr verheißungsvoll, weil wir können etwas machen, oder? Es gibt ja den Satz, egal wo du hingehst, du nimmst dich selbst immer mit. Und deswegen ist das, was man dort, diese Flucht in einen neuen Job, in eine neue Beziehung, in ein anderes Land, ist natürlich, es gibt so eine romantische Vorstellung von dem, wenn ich endlich den richtigen Partner habe, dann ist es besser. Der Punkt ist nur, ich kann den ja gar nicht anziehen, weil in mir ja ein Muster ist, das nach anderen Themen verlangt. Genau. Und jetzt passiert eins, das ist ja eine unbewusste Resonanz. Ich habe unbewusst, wie eine Frequenz, die zusammenpasst zu den Menschen, die zu mir passen. Und deswegen sagt man ja, Schmerz ist immer nur alter Schmerz. Ja. Also es gibt keinen neuen Schmerz, sondern wenn du Schmerz hast, ist es immer nur ein Erleben eines vorherigen Schmerzes, der noch nicht gelöst wurde, das Thema in der Regel immer in der Kindheit findet. Und das sind die Themen, die du erwähnt hast, warum passiert mir immer dasselbe. Ja, ja, absolut. Nicht, weil das Universum gemein ist, weil ich ein Loser bin. Ja, das hat alles nichts damit zu tun oder weil ich unfähig bin oder dumm. Das hat alles nichts damit zu tun, sondern nur unbewusst. Ich verstehe die Mechanismen nicht. Das ist der einzige Grund. Und wenn ich die beginne zu verstehen, und das ist der Punkt, Wissen ist Macht. Absolut. Dann kann ich das ändern. Wie siehst du das denn, weil viele Menschen sagen, ja, weißt du, in diesem Leben habe ich diese Themen gelöst, aber es ist noch ein altes Karma. Was sagst du dazu? Das mag wahrscheinlich so sein, spielt aber überhaupt keine Rolle. Egal. Du bist ja hier. Das gibt es einfach zu lösen, egal. Du bist hier in diesem Moment und ob das aus 10.000 Inkarnationen ist oder was immer ist oder aus einer zukünftigen Inkarnation, weil Zeit ist nie nicht existent. Das spielt keine Rolle, weil du hast das jetzt. Wenn du es jetzt nicht löst, dann verlagerst du es auf einen irgendwelchen Punkt. Ja. Oder, und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, es ist auch gar nicht sinnvoll, zu viel in diesen Bereichen zu machen, weil dann lebst du nur in der Vergangenheit, weil du wirst da nie fertig werden. Oder man verbindet sich mit Dingen, die vielleicht wahr sind oder nicht wahr sind. Und das, was ich jetzt sage, das ist ja wahr, oder? Das ist eine andere Flucht. Flucht in die Beziehung, das kann aber auch in karmische Leben sein. Ja. Und dann war ich da irgendwo ein Pharao oder ein König oder sowas, das ist super toll, wie toll ich war, nur jetzt kriege ich es nicht hin, deswegen muss ich das da alles auflösen. Ja. Das hört sich ein bisschen krass an, aber es ist wirklich so. Immer dann, wenn ich nicht im, also das Wort ist ein bisschen schwierig, weil viele verstehen das nicht, wenn ich nicht im Jetzt bin, dann bin ich nirgendwo. Und immer dann, wenn ich davon abweiche, kann ich im Jetzt nichts ändern. Und das ist nicht, weil es jetzt eine Zukunft, eine Vergangenheit gibt, sondern es ist ein Bewusstseinskonstrukt einer Erwartung der Zukunft oder eine Erinnerung an etwas Vergangenem, was vergangen ist. Und das ist das ganze Thema Zeit, das ist ein Riesenbereich nochmal. Und wer aber das versteht, der weiß, je mehr ich in diesem Jetzten Zustand bin, ich bin, in diesem Moment der Bereitschaft, mich den Themen zu widmen, dann löst sich das und dann kommt das glücklich sein. Weil alle die wesentlichen Zustände sind Seinszustände, keine Ich-Werde-Zustände oder Ich-Wahr-Zustände. Also was du da sagst, eben, wenn ich nicht hier bin, bin ich nirgendwo, also wenn ich nicht jetzt da bin. Das ist ja so unglaublich, wenn man das weiter spinnt, wenn man denkt, was jetzt auch geschieht mit vielen jungen Menschen, also ich habe schon viele Kinder, ich arbeite ja schon über 30 Jahre, auch mit Kindern. Und früher war dieses Thema gar nicht so da, aber heute sind die Kinder fast nicht mehr oft, nicht mehr draussen, je nachdem, wo sie aufwachsen und sind so verbunden. Die erzählen mir die ganze Zeit von Videospielen und schon kleine Kinder und die sind so in dieser Welt und es ist für sie so real und die sind eigentlich fast nie im Jetzt, auch wenn ich mit ihnen eigentlich in einem Ort arbeite, mit den Pferden auf dem Hof, wo man eigentlich schon so eine Verankerung hat. Aber ich merke, das hat sich so verändert und wie können den Eltern auch ihren Kindern da schon helfen, also weil mit Beschränkungen, da gibt es dann auch für den Kindern viel Widerstand, es ist, alle funktionieren so, man ist nicht dabei, wenn man da jetzt nicht alle diese Dinge weiss aus diesen sozialen Medien, das finde ich unglaublich, dieser Sog und diese Entwicklung. Im Prinzip geht es über einen Weg, dass im Englischen gibt es ein Wort, ich mag eigentlich die Anglizisme nicht so, aber das Wort Standing. also ich bin und es ist natürlich so, Kinder, die geboren werden, sind natürlich erstmal geistige Wesen, das sind Schöpferwesen und nur weil die jetzt einen kleinen Körper haben und weil die vielleicht nicht diese Denkstrukturen haben, die ich als Erwachsener im Moment habe, die vielleicht nicht unbedingt besser sind. Das heißt, vielleicht ist diese Seele viel, viel älter, vielleicht muss die durch diesen Prozess gehen, sowas zu machen, um sich dann in einem späteren Zeitpunkt zu erinnern, was es wirklich ist, mit dem Verständnis dessen, wie das ist. Das ist immer schwer zu beurteilen. Das heißt, ich kann als Elternteil aus meiner Sicht nur das Vorleben, wie ich bin. Ich mache das zum Beispiel, ich habe ja auch Kinder. Das heißt, ich lasse denen ihren freien Weg und ich sehe sogar manchmal Dinge, wo ich weiß, das wird schief laufen. Dann erwähne ich das und dann lasse ich das los. Das ist der Punkt, was man im Prinzip Liebe ist, weil dann ist jemand in der Erfahrung und diese Erfahrung ist wertvoller. Das kann ich bestätigen bei meinen Kindern, die haben eben Dinge gemacht, wo ich dachte, naja, kann man machen, muss man vielleicht nicht unbedingt, aber ich kann das nicht beurteilen, ob das für diese Seele wichtig ist. Also viele Dinge sind so, damit meine ich nicht jetzt verantwortungslos zu sein, sondern das Gespräch suchen, das hineingeben und dann aber sagen können, okay, geh deinen Weg. Wenn es dann eben schiefläuft, sagen können, schau mal, was hat dazu geführt. Also dann helfen die Erkenntnisprozesse zu gewinnen. Wow, wunderbar, was du da jetzt auch wieder sagst, weil eben, ich glaube, ich weiß das auch selbst als Mutter, wenn die Kinder irgendwie etwas machen, dann denkt man sofort, auch ich habe etwas falsch gemacht und dann kommt noch mein Schuldgefühl vielleicht den Kindern gegenüber und dann gibt es ja auch schon wieder irgendwie so eine Strukturierung, die sich dann vielleicht auch beim Kind negativ festsetzt und das, was du sagst, das braucht natürlich selbst ganz viel sein und ja, einfach diese Gelassenheit auch, oder? Genau, und deswegen deswegen ist zum Beispiel auch im Prinzip eine strenge Erziehung positiv, nicht in Form von Einschränkungen, sondern in Form von Strukturen verankern, die mit dem Leben zu tun haben, zum Beispiel immer die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen, das beizubringen, das super konsequent zu sein, das sind Grundstrukturen, die sind wesentlich für ein erfolgreiches Leben und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei meinen Kindern sehe, das ist unglaublich, diese Ehrlichkeit, die dahinter ist und dadurch haben natürlich, passieren viele Dinge schon gar nicht, weil du diese Resonanz nicht bildest, so eine Wahrhaftigkeit. Ja, und weil eben Ehrlichkeit auch sein darf, weil oft lernen sie, dass man gewisse Dinge gar nicht sagen soll oder weil dann so eine, ja, das ist gar nicht der Raum für die Wahrheit, oder? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei mir immer großen Widerstand ausgelöst habe, das ist für mich unerträglich, Dinge zu machen, die meinem inneren Wesen widersprechen und da habe ich mein Leben lang mal Probleme gehabt, ich war früher mal Polizeibeamter und ich habe da ganz viele Probleme gehabt, weil ich Dinge nicht so gemacht habe, nicht gesehen habe, weil ich weitergedacht habe, bis ich verstanden habe, dass das System das so will, das will nicht, dass du denkst, das will nicht, dass du eigenständig bist, dass du etwas nach außen bringst, was fördert dich ist, das ist ein großer Apparat, der zur Kontrolle der Menschen dient, also wenn man es dann mal alles versteht, dann ist das schon anders, deswegen musste ich da auch gehen. Ja, wow. Und was sagst du denn, weißt du, ich habe auch ganz viele Menschen, die wirklich schlimme Dinge erlebt haben und die sich dann ganz fest verbinden, weißt du, mit dieser Opfermentalität und einfach sagen, das geht nicht, weil ich hatte so eine schlimme Kindheit oder ich hatte so einen Übergriff und die dann gar nicht offen sind, würdest du sagen, dass sie einfach auch diese Erfahrung, also mache ich sowieso, wenn jemand nichts möchte, weißt du, nicht irgendwie eine Antwort möchte, muss man ja auch nichts aufdrängen, aber wenn sie mich fragen, dann ist manchmal auch die Verankerung mit dieser Opferidentität so groß, dass da manchmal ganz schwierig ist, irgendwie einen Zugang zu finden. Das ist definitiv so. Also man kann auch niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen will und das sage ich jetzt nicht so kaltherzig, sondern es ist natürlich auch eine gewisse Art und soll sagen können, wenn jemand noch nicht bereit ist, bringt das nichts. Man kann dann nur, steht da tropfen, höhlt den Stein, wenn man das möchte. Und die Gefahr ist sehr groß, dass, wenn man mit Menschen arbeitet, die an dem Punkt sind, dass die einem die Energie entziehen. Ja, absolut. Und das ist eine Art Selbstschutz, die man nicht zulassen darf. Erstens mal, tut einem das selbst nicht gut und man kann über diesen Weg überhaupt nicht helfen. Absolut. Man bestätigt sogar den anderen in seiner Situation und auf einer gewissen Ebene ermuntert ihn, bleibst du, wie du bist. Weil du bist so arm dran, das ist so schlimm und ich mache das, wenn ich jemanden habe, ziemlich radikal. Ja. Also ich setze dann sehr hohe Möglichkeiten, wo ich sage, bevor ich mit jemandem arbeite, mache ich das so hoch, diese Messlatte. Und wenn jemand da nicht drüber springt, weiß ich, dann ist nicht der letzte Wille da, das zu tun. Ich habe gerade aktuell so einen Fall. Da habe ich die Messlatte so hoch gesetzt und dann merkte ich, dann kam die Antwort, ich habe die heute Morgen bekommen, tatsächlich zu sagen können, ich muss da nicht überlegen, ich mache das, ich mache da alles, was du sagst. Wow, schön. Und das ist natürlich am Anfang schon so, das löst viel Widerstand aus, viel Diskussion. Ja, aber in meiner Situation und das ist so kalthärzig von dir. Also da kommen ja all diese Dinge. Ja, ja, genau. Aber jetzt merke ich, so ist die Bereitschaft da und ansonsten hätte ich das wirklich gelassen. Ja. Weil ansonsten ist das so, das kostet dann meine Lebensenergie, meine Freude und die brauche ich aber für andere Dinge. Ja. Und ich gebe das nicht auf und ich weiß, ich kann kein Beitragender sein, wir können vielleicht mal ein andermal drüber reden, was ein Beitragender ist. Sonst bin ich nur ein Überlebender. Das sind zwei riesen verschiedene Dinge. Absolut. Ganz toll, was du jetzt sagst, weil das ist mir wirklich selbst auch im letzten Jahr so bewusst geworden, dass ich wirklich, es war mir schon immer so, aber ich bin dann manchmal doch in Situationen gekommen, wo ich merke, nein, da musste ich wieder ein bisschen zurück und sagen, so, das geht nicht, das kann ich nicht übernehmen. und jetzt mache ich mittlerweile auch so, wenn ich mit jemandem arbeite, dass ich wirklich einfach klar auch wissen möchte, ist da die Eigenverantwortung und das Wissen um die eigene, das eigene Zutun da und sonst sage ich auch, ich mache es nicht. Und ich habe gemerkt, das ist für mich so befreiend, was du auch sagst, weil es war ja auch noch eine Struktur in mir, dass ich eine Resonanz hatte, da noch, doch noch dran zu bleiben. Wenn ich diese Klarheit habe und es hilft den anderen, wenn ich nicht Verantwortung für sie übernehme und dann kann ich für mich nicht mehr schauen, sie können für sich nicht mehr schauen, es gibt einen Durcheinander und ich merke auch, wenn Menschen schwierige Probleme haben und sie sind wirklich in der Eigenverantwortung oder sie sind bereit, einen Weg zu gehen, egal, man muss nicht wissen, wie und wo, dann nimmt es mir keine Energie weg. Und das hast du ganz gut jetzt auf den Punkt gebracht, habe ich ein bisschen lange gebraucht, bis ich diesen Aspekt auch noch ja, irgendwie wirklich klar erkennen konnte und eben auch, man hat ja dann Mitgefühl mit einer wirklich schwierigen Situation oder scheinbar ausweglosen Situation. Ich glaube, das ist Mitleid. Ja, eben. Und das Mitgefühl ist ja was anderes. Mitleid ist diese Ebene, wo ich selbst hineinzunehe und mitleide, wo ich dann mich schlecht fühle, wenn ich das nicht unterstütze und so was. Das ist Mitleid, das ist negativ. Das ist wie ein Strudel, wenn du einen Ertrinkenden retten willst, der sich an dich klimmert, werden beide ertrinken. Absolut, ja. Und Mitgefühl ist, ich fühle das, ich fühle beide Seiten und kann aufgrund dessen ganz anders agieren und fühle sogar den Schmerz, wenn ich bestimmte Dinge tue, mache. Aber das ist dieser heilende Schmerz, wo jemand anders in eine Entscheidungsphase kommt, die ja vorher gar nicht, wo nicht hinkommen könnte, ohne einen gewissen Druck, ohne eine gewisse Sache. und jetzt kommt eine echte innere Entscheidung und die verändert alles. Und es ist ja so, Andres, ihr macht ja auch noch wirklich Möglichkeiten zur Unterstützung. Möchtest du vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen und wo man dich finden kann? Ja, wir machen viel, das ist auf der Webseite www.dm-harmonix.com und da findet man im Prinzip alles von DAUS verzweigt, da haben wir auch so Umfragen, wo man sich mal einthematisieren kann. Und ich habe ja ein Webinar, das machen wir seit 2017. Das läuft jede Woche und wir haben mittlerweile da 9500 Feedbacks bekommen. Toll. Fast nur 5 Sterne, also von Teilnehmern original. Schön, schön. Und da ist erstmal so die Grundidee, wie das überhaupt funktioniert mit unserem Denken, Unterbewusstsein, wie das zusammenhält. Da sind ganz viele Aha-Effekte drin. Da mache ich auch Übungen, wo Menschen dann wirklich mal zum ersten Mal wieder sich spüren. Wow. Und das würde ich jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben ja alles über die Webseite aufgebaut und da gibt es eben eine Menge Informationen, die man da tief eintauchen kann. So toll. Vielen herzlichen Dank, Andreas, für das tolle Gespräch und wirklich die kraftvollen und inspirierenden Gedanken. Gerne. Schön warst du da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich glaube, alle diese Gedanken, die Andreas Bernknecht mit uns geteilt hat, sind wirklich kostbare Schätze. Ich hoffe, Sie konnten auch etwas daraus ziehen. Bleibt sich gesund und auf Wiedersehen. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Und hier unten.